Der L hier mit einem neuen Teil. Tomb Raider, anniversary auf dem PC. Habe ich wieder ein bisschen beruhigt. Das lief jetzt auf dem letzten Part ein bisschen glatter. War aber mit dem Salto gleich noch belohnt. Ich habe keine Ahnung wie wir den machen. Den mache ich zufällig, sag ich wie es ist. Ähm, nein. So wird es nix. Erstmal hier rum, jawohl. Gut. Mal runterfallen lassen, denn da rumkraxeln. Da nochmal hoch. Und wir müssen den Sprung jetzt wirklich ein bisschen besser timen oder sowas. Vielleicht muss mir das dann erstmal, wenn ich... Ein bisschen mehr vielleicht. Klar, krabbel mal ein bisschen. Jo. Und... Nein, das war doch zu niedrig. Also doch die komplette Seillänge ausnutzen. Sorry, Leute. Hüßt, hüßt. Äh. Da hoch. Okay. Äh. Äh. Oh, ja, 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 ja. und wieder auf da, jawohl jetzt haben wir wieder das Seil ich glaube da brauche ich bloß einfach wirklich ein bisschen mehr Schwung auf der vollen Länge des Seils, nein nein das war jetzt gerade nicht der falsche Knopf gedrückt Leute, echt nicht ich habe die Sprungtaste gedrückt und sie hat sich fallen lassen die leicht eingestellte Relaxtheit von eben ist gerade wieder völlig verflogen ich weiß nicht, dieses Spiel schafft es irgendwie wirklich, dass ich irgendwie wenn ich dieses Spiel mal irgendwann mal durch habe nie wieder einen Tomb Raider anfassen werde außer vielleicht den 2013er so, er kommt schon jetzt rühren wir mal noch ein bisschen Schwung und nehmen den Absprung einfach ein bisschen später gut, hat geklappt ich glaube es ist sinniger das denn von hier aus zu machen ach da reicht es bloß nicht das gibt es doch nicht man Was ist das? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ey, ich kotze, Leute. Ey, das gibt's nicht. Ob das meine Konzentration jetzt komplett um einmal ist, brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Das ist merklich. Dass ich aber die Steuerungsbefehle sowas von gar nicht mehr umsetzen mag, wie gesagt, ist irgendwie... Es ist gerade spieldesign-technisch, ich motze die ganze Zeit über das Spiel, was das angeht, ich weiß. Aber es ist gerade eine Katastrophe, das ist... Das kann nicht sein. Ich kann's und ich kann's einerseits auch nicht umsetzen, weil es irgendwie nicht klappen mag. Rum, rum, rum. Das Blöde ist, ich weiß gerade nicht so recht, wohin. Ich muss ja nicht wirklich nach oben, oder? Doch, Scheibenkleister. Okay, gut. Da guckt nichts raus. Gut, dann bleibt jetzt nur die Möglichkeit da rüber. Also, wenn wir irgendwas zum Gegenballern. Kontrollpunkt, Dankeschön. Ja, ich war auch schon wieder auf der Ausweichen-Paste. Jetzt war ich kurz nochmal auf dem Geballer, weil ich gedacht habe, ähm, na gut. Na gut, wenn wir da unten rumlaufen können, tue ich das hier mit jetzt offiziell auch erstmal. Da wäre Schrot-Munition und nochmal ein Heilpaket, sehr schön. Kleines umsonst genommen, hm, was soll's. Das ist mir Timing-Technisch wirklich ein bisschen zu knapp in dem Spiel immer. Da ist ein Schalter, da müssten wir wahrscheinlich rüber, dass wir Richtung dieses Gitters kämen. Also, okay. Scheint nicht so verkehrt zu sein, was ich hier treibe. Das bröckelt runter, das sehe ich jetzt schon. Okay, dann lassen wir uns halt da mal ab. Bewegen den Schalter. Ei, 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 ei. Dann haben wir wieder einen Teil von dieser Säule geöffnet und da geht auch noch ein Gitter hoch. Das scheint ja wohl der Rückweg zu sein. Das ist gerade nicht wahr. Mir geht's jetzt ums Prinzip, dass sie gestorben ist. Ich hab jetzt nichts anderes gemacht. Ich weiß, das hat jetzt im Prinzip zwei Sekunden oder sowas gekostet, aber, äh. Es ist Quatsch. Da bröckelt's gleich wieder. Und sie springt halt hoch, statt zur Seite. Ich hab definitiv weiter rüber gedrückt. Ah. Legt mich da mal. Ich kladde euch gleich da rüber. Mann. Was war denn jetzt so schnell? Ah, die. Ja, super. Warum kann sie an gebröckelten Teilen nicht schnell klettern? Sagt mir das bitte. Und was soll ich zur Hölle jetzt hier machen? Ich hab keine Lust da weiter rum. Kann ich hier mit der Leiter wieder hoch? Ähm. Äh. Komm ich da gar nicht wieder raus, oder was, oder wie? Doch, da geht's aber, äh. Mann, bin ich... sowas von genannt von dem Spiel. Das war auch noch knapp. Ich darf jetzt, weil ich nicht gestorben bin, jetzt wieder ein Kontrollpunkt gekommen ist, durch die ganze Scheiße nochmal durch. Ich mach nicht mehr, Leute. Und dann springt sie mir auch immer so super gerade. Ich drück den Stick nach vorne, Leute, und es klappt trotzdem nicht. Ähm. Ich darf mich hier erst das wieder machen. Ich krieg zu viel, Leute. Das Spiel trollt mich echt die ganze Zeit. Bisschen wir da rüber, Lara. Mhm. Und sie greift nicht weiter. Ist die Kante rausgebrochen? Leute, ich bin so durchs. Ich sag's euch, ich mag gerade nicht mehr. Wir sehen uns vielleicht eventuell bis zum nächsten Teil. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht. Ich brauch Pause für dem Spiel. Ich werd wahrscheinlich bis dahin spielen, wo wir jetzt eigentlich schon hätten sein müssen, weil wir da ins Wasser gefallen sind. Tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye.